Eduard Graf Klemm-Galas war ein österreichischer Offizier, zuletzt General der Kavallerie. Biografie, er war der Sohn des durch Kunst, Sinn und Wohltätigkeit bekannten Christian Christoph Graf Klemm-Galas. Er trat 1823 in die österreichische Armee ein, wurde 1831 erster Rittmeister im Curassia-Regiment Nummer 1, 1835 Major, 1840 Oberst, 1846 General Major und Brigadekommandant in Prag 1848 kam er nach Italien, wo er unter Radetzky eine Brigade führte und sich bei Santa Lucia, Vicenza und Kastica auszeichnete. Er wurde mit dem Maria Theresia Orden ausgezeichnet und zum Feldmarschall-Leutnant befördert. 1849 wurde er Kommandant des Siebenbürgischen Armeekorps und war gegen Joseph B.E.M. erfolgreich. 1850 erhielt er das Kommando über das Siebenbürgische Armeekorps, das er auch 1859 im Sardinischen Krieg in Italien in den Schlachten von Magentar und Solferino befehligte. Bei diesen Schlachten verließ sein Armeekorps als erstes das Schlachtfeld, was aber keine persönlichen Konsequenzen hatte. Beförderung zum General der Kavallerie 1861 wurde er Mitglied des Herrenhauses, das Oberhaus des österreichischen Reichsrates und 1865 Obersthofmeister des Kaisers. 1866 im Deutschen Krieg erlitt er in der Schlacht bei Gitschen eine verheerende Niederlage, wurde vor ein Kriegsgericht gestellt, aber aufgrund seiner gesellschaftlichen Stellung freigesprochen. Seinen Lebensabend verbrachte er auf seinen Besitzungen Friedland und Reichenberg in Böhmen. 1850 vermählte er sich mit Clothilde, der Erbtochter von Josef Franz Fürst von Dietrichstein, sein Sohn war Franz Graf Klemm-Galas.